Die hier sieht doch aus, als könntest du Tickets verkaufen. Okay, aber die blöde Ameise will nichts mit mir zu tun haben. Hm, okay. Der baut weiterhin seine Boote. Schnecki. Hm. Hier geht auch nichts ab, sonst. Okay. Eine Bar zum Umsetzen, wenn man alt ist und früh füttern will. Eigentlich ist es ziemlich makaber, dass sie die Babywurzeln essen. Ich meine, warum haben sie ihn nicht gegessen? Ja, der blöde Kahn, aber mit dem können wir ja nichts machen. Mit dem Winter ist nichts los. Können wir einbrechen? Okay. Es sollte bei solchen Games immer die Möglichkeit geben, allen anderen Figuren hat, in die Eier zu treten. Das stimmt immer nix. Was habe ich? Osu ausprobiert? Nee, noch nicht. Noch nicht, noch nicht. Verkaufst du neben Kotbällchen auch noch Tickets? Was? Ach so, ja, die war ja blind. Ah. Was für Augenbrauen. Okay, wir wissen ja, was sie verkauft. Globas. Ja, okay, gut. Ich glaube, das ist nur ein witziges Gemäck einfach, ne? Hm, vielleicht noch was in der Bibliothek? Ja, es ist halt seltsam, dass wir das hier haben, ne? Diese Visitenkarte, die halt aussieht wie ein Ticket. Hm. Na, ich schieße, wir können auch mal hochgehen. Ja, okay, was auf dem Schild steht, wissen wir schon. Hm. Hm, nee, ich hab noch nicht gespielt. Oh, Old Suckers Unite. Das ist ein anderes Spiel. Spielt jemand von euch Fortnite? Lohnt sich das zu spielen? Du gehst schlafen. Schlaf gut. Hm. Ja, hier gibt's irgendwie auch nix zu holen. Also. Ticket. Ach so, sie haben ja nur. Ja, hier gab's auch irgendwie, bei denen gab's auch sonst nix so richtig. Ich glaube, das ist auch abgefrühstückt hier damit. Kann man sich sparen? Ist ein Scheißspiel? Okay. Bitte spiel es nicht. Okay, ein besonderes Ticket. Hm. Darwin Project? Okay. Aber vielleicht springen wir jetzt einfach. Reicht jetzt auch mal. Ticket. Das Ding ist, es ist halt nicht mehr viel übrig, ne? An was wir schon gemacht haben und was nicht. Geil, wie sie einfach hier diesen Kackerhaufen Wagen aufgemalt haben. Hm. Hm. Okay. Vielleicht müssen wir echt nochmal mit dir Heuschrecken katschen. Würdest du gerne mit mir warten? Tja, wir müssen leider nach Hause. Du bist zu Hause, mein Freund, das Universum ist dein Zuhause. Tja, was riecht hier so auf. Oh, upsie, mein Pupser, damit die Dunkelheit mich nicht heimsucht, weißt du? Okay. Das ist aber seltsam, ich sehe gar keine Dunkelheit. Oh mein Gott, der ist wirklich schlimm. Na ja, ich muss los. Tschüss. Wow, okay. Hat mir diese Unterhaltung jeweils schon mit ihr? Dich im Herbst in der Bar zu sehen. Okay, im Herbst in der Bar. Kann ich was von dir kaufen? Negativ. Gut. Hm. Können wir mit ihr reden? Nee, können wir irgendwie nicht. Hm. Okay. Äh. Das Buch nach Basteln? Nein, man, das ist mir zu verrückt. Der beschwört bestimmt irgendeinen krassen Voodoo-Gott und der tötet mich dann. Das ist Feli als Käfer, ja, ist wirklich so. Was? Kannst du mal bitte hinter die Bar gehen und mal nachschauen, warum da Holz rumliegt? Ah. Na Mensch. Gut. Ja, Katze, besorg mein Ticket. Von daher vielleicht Katze eins klauen. Aber ich will nicht stehen. Wir leihen das uns nur Kätzchen. Wir gehen später zurück, okay. Ja, triggert einen, dass die Zitronen da nicht nochmal rausfallen, ne? Das stimmt schon. Oh wow, sind wir jetzt die Katze? Er hat ein Ticket. Hm. Das können wir nicht nehmen, es wird benutzt. Geil, sind das Blattläuse? Ach ne, Flöhe. Okay. Der Marienkäfer ist das kleinste, was ich hier gesehen habe. Das stimmt wohl. Eine Motte, die habe ich früher gegessen, aber jetzt nicht. Jetzt würde sie wahrscheinlich eher dich essen. Das ist der Tänzer. Ah, der hat die Schuhe. Hm. Okay. Vielleicht können wir dem Dude irgendwas anbieten. Okay. Fiesige Flöhe nennen das. Das ist der Barkeeper. Er arbeitet. Okay. Gut. Hm. Aber ist das Ticket auch da, wenn niemand da ist? Oh, jetzt guckt er nicht hin. Take it. Oh. Sad life. Perfekt. Yes. Yes. Geil, das gucke ich mir jetzt noch kurz an. Geil. Sehr gut. Und im Winter? Oh. Ich habe das Ticket. Du bist so weiter, Kätzchen. Ich liebe dich. Jetzt kommen wir rein. Gut. Look at my ticket. Schön. Wenn ich nächstes Mal eine Party feiere, lasse ich meine Tickets auch so aussehen. Schauen Sie mal, es sieht so aus, als hätte ein Ticketing-Weg in meine Hände gefunden. Das bin ich nachts bei Bier. Nee, Life is Strange habe ich noch nicht gespielt. Die Bar ist doch im Winter nicht da. Also, sie ist zu, auf jeden Fall. Was? Lass mich mal sehen. Das kann nicht stürmen. Auf keinen Fall. Ich habe schon jemanden mit diesem Ticket eingelassen. Sehr seltsam, junge Dame. Huch, aber woher können Sie wissen, dass das Ticket von jemand anderem ist? Die Symbole sind richtig, siehst du? Aber schau dir die Handschrift an. Das gehört jemandem, der viel älter ist als du. Das sehe ich. Okay, na gut. Gibt es eine Chance, hineinzukommen? Ich meine, geht es überhaupt? Wenn du dein eigenes Ticket hast, junge Dame, bist du hier mehr als willkommen. Na dann. Darauf zeichne ich nicht. Das gehört mir nicht. Okay. Können wir es jetzt machen? Ticket. Friend plus Kätzchen können auf die Party. Hä, das haben wir doch davor auch schon probiert. Mann. Look at my Ticket. My Ticket is amazing. So. Schauen Sie mal. Ich glaube, das ist mein eigenes Ticket. Hm. Oh, verstehe. Aber die hast du selbst gemalt. Ja, ich dachte, das sollte ich. Ich war nicht eingeladen. Da habe ich mich selbst eingeladen. Sehr clever, junge Dame. Nun, ich denke, ich kann dich reinlassen. Genieß die Show. Okay. Alles klar. Freakshow einfach. Und jetzt Gif Schuhe. Oh, und warum ist das so? Die Schuhe gehören dem Tänzer. Ich bin ein Tänzer. Und ich brauche sie, um mit dem Zauberer zu tanzen. Oh, tut mir leid. Was hast du gesagt? Gib mir deine scheiß Schuhe, Mann. Du willst was? Ein bisschen Limonade? Du wirkst etwas angespannt. Nein, ich will keine Limonade. Wo hast du deine Schuhe her? Hm, du solltest ein bisschen Limonade trinken, um zumindest den Durst loszuwerden. Mann, der Zauberer braucht die Schuhe. Aber das ist unmöglich. Ich kann dir nicht meine Schuhe geben. Der einzige Weg, an meine Schuhe zu kommen, ist, sie mir wegzunehmen. Und wie du siehst, stehe ich auf ihn. Das ist also unmöglich. Na dann, heb mal die Füße. Hm, das geht nicht. Nur an dem Tag, wenn meine Füße gen Himmel gestreckt sind. Nur dann können mir meine Schuhe genommen werden. Ansonsten stehe ich für immer. Okay. Geht das jetzt? Tja. Ich glaube, er ist sehr konzentriert. Das glaube ich auch. Okay. Weißt du, du hast Klaminette gespielt und deine Katze ist reingelaufen und hat dich geschlagen. Tja. Je, die Geistes-Trick. Du möchtest mir meine Schuhe geben. Okay. Im Winter ist hier nix. Das kennen wir schon. Achso, im Frühling ist zu. Hm. Achso, ja. Wir können jetzt mit dem Ticket reingehen. Stimmt, ja. Wenn seine Füße gen Himmel gestreckt sind. Was? Du wohnst in Norditalien? Das ist ja krass. Abgefahren. Okay, das ist eine Ausredung, nicht zum Karay-Festival zu kommen. Das akzeptiere ich. Töte es mit den Zitronen. Tötet ihn. Ja, Mann, voll. Hm. Okay, 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 gut. Das hatten wir schon. Dann würde ich sagen... Oh, ich möchte niemandem wehtun. Na gut. Wenn seine Füße gern Himmel zeigen. Hm. Na gut. Kein Messer. Okay, okay, okay. Eliminiert den Öffa. Ja, wirklich. Hallo. Oh, hallo, du bist gekommen. Wie schön. Genießt du die Show? Ja, sehr, aber ich brauche die Schuhe des Tänzers. Bla, bla, bla. Ha, du tanzt also gerne? Er ist ein sehr guter Tänzer. Hab ihn noch nie scheitern sehen. Hm. Ist er sowas wie der beste Tänzer der Welt? Der Welt? Ich würde sagen, des Universums. Er folgt immer dem Rhythmus. Verstehe. Nun danke, ich muss los. Tschüss. Ich meine, ihre Flügel, sie sehen aus wie ein gemütlicher Pulli. Süß. Sie ist recht haarig. Hm. Also wir müssen ihn eigentlich zum Stolpern bringen, ne? Okay. Ja, der ist es ein bisschen sinnlos, ne? Nein, das Festival ist am 28. Sinken. Pläne für den Sommer, ja, Kawaii Festival machen und danach, ähm, nichts machen für den Sommer und mal frei ist auch mal schön. Hallo. Oh, da redet einer mit uns. Äh, tschüss. Gutes Gespräch. Hallo. Hallo, wie geht's dir? Kennst du Mr. Antonio? Den Größten? Natürlich, er war ein großer Trompeter vor einigen Jahren. Meine Mutter liebte seine Musik. Ja, wir haben ihn gesehen. Er war also, ja, ich hab ihn in der Welt der Menschen gesehen. Er ist ja der alt. Wow, die Welt der Menschen. Nun, weißt du, wir wollen im Alter andere Realitäten besuchen, um zu sehen, ob wir was verpasst haben. Menschen machen das nicht. Nee. Oh, davon war er da in meiner Realität. Wir Menschen tun sowas nicht, glaube ich. Oh, schade, das macht Spaß. Ich bekomme gerne Briefen von meiner Mutter. Sie erzählt mir viel. Haha, das klingt gut. Okay, bye. Ich frag mich, ob diese Insekt auch in meinem Garten sind. Blablabla. Okay. Hallo. Hast du mein Ticket gesehen? Hm, ich glaube, ich muss gehen. Können wir es ihm geben? Hier ist dein Ticket. Tut mir leid, aber ich hab's genommen und wollte es zurückgeben. Oh mein Gott, du bist sehr nett. Danke dir. Vielen Dank. Errungenschaft freigeschaltet. The kind thief. Gut. Die stören wir jetzt nicht. Falls ihr aufhören. Das ist ein bisschen wie die Kantine, ne? Ich warte, bis sie nicht mehr spielen. Nee, nee. Wir haben es von Freitag auf Samstag verlegt, weil es mehr Sinn macht. Ah ja, es ist am 28.07. Ah, du ziehst um davor. Das wird cool. Habt ihr schon was? Okay. Wir könnten irgendwas auf der Bühne platzieren. Öl oder so, damit der umfällt. Das hat auf jeden Fall ein bisschen zugenommen an Schwierigkeitsgrad hinten drauf, ne? Okay, wir können ihn mit Geld bewerten. Manchmal klappen Dinge einfach nicht. Okay. Aber können wir vielleicht... Hm. Hoffentlich zum Kawaii-Festival kein Schneesturm und eingefrorene Weichen. Ja, Musik hab ich auch schon gedacht, ähm... Weil er immer dem Rhythmus folgt. Oh Gott, jetzt hat er hier nicht aufzuregen. Aber ich kann hier irgendwie nix tun. Aber wir können ja nochmal raus und in der anderen Jahreszeit versuchen reinzugehen. Genau, nämlich jetzt. Ja, ich kann hier nicht aufzuregen.